Fachkundige Beratung zu Versicherungen und Vorsorgevarianten, die Sinn machen, das erwartet Sie im Versicherungsbüro Helmut Fee. Die in Wertingen angesiedelte Versicherungsagentur besteht schon seit über 15 Jahren und ist auf Produkte der Versicherungskammer Bayern spezialisiert. In modernen Räumlichkeiten werden vor allem Landwirte und landwirtschaftliche Unternehmen, aber auch Privatkunden über die verschiedensten Versicherungsarten und Vorsorgemöglichkeiten informiert. Auf Wunsch können aktuelle Versicherungen gerne kostenlos überprüft werden. Zur individuellen Auswertung erstellt der top ausgebildete Bankfachwirt und Versicherungsfachmann eine computerunterstützte Analyse. Diese bietet Ihnen einen übersichtlichen Vergleich der besten Vorsorgemodelle. Helmut Fee, ein ISO-zertifizierter Vorsorgeberater, der wie sein gesamtes Team allen Kunden stets mit Freundlichkeit und Ehrlichkeit begegnet.